so leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video ich hab halt so quad bilder challenge halt gemacht und so halt einfach voll und dann war schon voll rein so halt öffnen aspekt walk out und wir sind es ist alex anbruch trotz geworden leute alex anbruch hier hier seht ihr erst besitzer ich bin erst besitzer von alex anbruch erst mal gerade alles verarbeiten also macht dieses wort der challenge sie lohnt sich wenn wir jetzt alles anfangen ein wenig wir gucken jetzt mal gemeinsam was alexander werdet nicht trägt halt im moment so ein bisschen damit auch die konkurren konnte spielen ich habe ein fucking schade dass sie nicht verkaufen haben aber trotzdem gg im final haut rein und tschau